Was ist der Wohlfühltemperaturbereich für Kuh und Kalb? Der thermoneutrale Bereich für Kälber liegt zwischen 10 bis 26 Grad Celsius, wobei man hier unterscheiden sollte. Neugeborene Kälber haben nur etwa einen Körperfettanteil von 3 Prozent. Nur so nebenbei, menschliche Babys haben etwa 16 Prozent bei der Geburt. Das heißt, bei sehr frisch geborenen Kälbern sollte es nicht unter 15 Grad Celsius Umgebungstemperatur gehen. Wenn sie etwas älter sind, halten sie das schon etwas besser aus. Bei Kühen sagt man zwischen minus 5 und 15 Grad, ist alles in Ordnung. Die besten Milchleistungen bekommt man wohl zwischen 7 und 17 Grad Celsius.